Heute wird also in Berlin bei der Bundespressekonferenz einer der vier Entwürfe vorgestellt, die dann im Herbst zur Debatte stehen. Darin sollen die Ärzte straffrei bleiben, wenn sie unheilbar kranken Patienten helfen, sich selbst zu töten. Dieser Entwurf ist fraktionsübergreifend entstanden. Wir haben gerade Karl Lauterbach von der SPD gehört. Ein weiterer Unterstützer dieses Entwurfs ist von der CDU, ist Vizepräsident des Deutschen Bundestages, nämlich Peter Hentze. Und er ist bei Christiane Mayer in Berlin. Schönen guten Morgen dorthin. Guten Morgen. Ja, Angst vor dem Sterben, vielleicht noch mehr als vor dem Tod, haben viele Menschen. Deshalb beschäftigt sich auch der Bundestag damit, wie man diesen sanften Tod bewerkstelligen kann. Die Frage ist jetzt, es ist ja schon jetzt nicht strafbar, jemandem beim Suizid zu helfen. Warum muss jetzt die Politik eingreifen und regeln? Das ist eine gute Frage. Wir wollen eine zivilrechtliche Regelung, die das Arzt-Patienten-Verhältnis schützt. Und die sicherstellt, dass ein todkranker Mensch, der schwere Qualen leidet und dem die Palliativmedizin nicht helfen kann. Dass der seinen Arzt bitten darf, ihm beim friedlichen Entschlafen zu helfen. Strafrechtlich ist das heute zulässig. Aber das Arztrecht, das Standesrecht ist da sehr unterschiedlich. Und da haben wir seltsame Regelungen. In Bayern ist es erlaubt. In Berlin ist es verboten nach dem Standesrecht. In Nordrhein-Westfalen ist es im Rheinland verboten. In Westfalen erlaubt. Und wir wollen den Arzt vor standesrechtlichen Sanktionen schützen, wenn er dem Patientenwunsch folgt, ihm hier beim friedlichen Entschlafen zu helfen. Sie haben Ihren Entwurf noch gar nicht vorgestellt. Da gibt es schon Kritik, auch von der katholischen Kirche. Die sagt, das öffnet jetzt jedem Missbrauch Tür und Tor. Womöglich steigt der Druck auf die Patienten, dieses Mittel zu wählen, weil sie der Gesellschaft zur Last fallen. Und man ihnen das signalisiert. Haben Sie diese Befürchtung auch? Ich finde die Befürchtung abwegig. Es ist eine bevormundende Befürchtung, die dem Patienten die Selbstbestimmung abspricht. Und es ist schon seltsam, dass diese Befürchtung nicht gekommen ist bei der Patientenverfügung. Da wird ja zu Hause gesprochen. Da sind die Verwandten, die Einfluss nehmen. Und die Verfügung wird dann wirksam, wenn der Patient gar nichts mehr machen kann, weil er eben bewusstlos ist oder sich nicht mehr äußern kann. Bei uns geht es ja nur um Patienten, die voll bewusst sind, voll einwilligungsfähig sind. Und die sagen nach ruhiger Abwägung aller palliativer Möglichkeiten, aller Alternativen, nein, ich möchte friedlich entschlafen und der Arzt soll mir bitte dabei helfen, damit ich keinen Qualtod erleide. Und dieses Verhältnis wollen wir rechtlich im Zivile Recht schützen. Bei Ihnen geht es ja um die maximale Selbstbestimmung des Patienten. Es gibt allerdings auch noch drei andere Gruppenanträge. Einer davon fordert sogar eine Bestrafung der Beihilfe. Ein anderer, der möglicherweise, so hört man, die größte Wahrscheinlichkeit hat, angenommen zu werden, der sieht vor, dass man die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid verbietet. Warum ist das vielleicht nicht die bessere Option? Dieser Entwurf hat ein ganz zentrales Problem. Geschäftsmäßig heißt, etwas, was wiederholt geschieht. Da geht es nicht um Geld, sondern geht es um die Wiederholung. Und natürlich ist ein Onkologe oder ein Palliativmediziner wiederholt in der Situation, dass ihm Menschen in qualvoller Situation bitten, zu helfen. Und denen droht möglicherweise der Staatsanwalt. Ich glaube nicht, dass sie verurteilt werden, aber ein Arzt möchte natürlich überhaupt nicht in ein Ermittlungsverfahren. Der Staatsanwalt gehört nicht ans Sterbebett, sondern der Arzt. Und deswegen finden wir diese Regelung falsch. Man muss bedenken, seit 150 Jahren, seit dem Kaiserreich, ist die Suizidbeihilfe in Deutschland straffrei. Und das wäre ein wirklicher Rückschritt in altertümliche Zeiten, wenn wir das jetzt unter Strafe stellen. Sie werden ja als Abgeordneter nur eben Gewissen verpflichtet sein, wie alle anderen auch. In diesem Fall wird das freigestellt am 2. Juli. Das ist schon die kommende, die nächste Sitzungswoche, werden alle vier Vorschläge gelesen. Wie geht das dann weiter? Wird es eine umfangreiche und aus Ihrer Sicht umfassende und hinreichende Diskussion darüber geben? Wir werden eine breite Diskussion bekommen. Ich hoffe auch eine breite gesellschaftliche Diskussion. Unser Entwurf hat eine absolute Mehrheit in der Bevölkerung, fast eine Zweidrittelmehrheit. Hat die absolute Mehrheit der Strafrechtslehrer. Die meisten Ärzte, die meisten Pflegerinnen und Pfleger, Krankenschwestern und Krankenschwestern, die in Umfragen gefragt wurden, sagen, für solche Extremsituationen muss der Mensch das Recht haben und der Arzt geschützt werden. Und ich hoffe, dass der Bundestag der Mehrheit der Bevölkerung folgt und nicht vorgegebenen Grundsätzen, die an der Wirklichkeit vorbeigehen. Und ein letztes Mal noch. Wie kann man sich davor schützen, dass vielleicht die eigene Familie oder auch die Gesellschaft sagt, du bist so krank? Warum greifst du nicht zu diesem Mittel? Das ist der Ansatz eines bevormundeten Staates, wo der Staat glaubt, er ist es besser als der eigene Mensch, der irgendwelche Qualen erleidet. Ich setze auf die Würde des Menschen. Kern der Menschenwürde ist die Selbstbestimmung. Und wer voll einwilligungsfähig ist, wer volljährig ist, wer das mit seinem Arzt bespricht, der muss das Recht haben zu sagen, ich habe die Bitte, dass du mir beim Friedlichen entschlafen hilfst. Dankeschön. Peter Hinze war das von der Union, der zusammen mit der SPD heute einen Vorschlag vorstellen wird, wie man die Sterbehilfe regeln kann. Und in der kommenden Woche werden wir uns dann wieder damit beschäftigen. Ja, und ein Gegner dieses Vorschlags, Herr Montgomery, der Präsident der Ärztekammer, wird gleich bei uns hier dann live aus Berlin auch zugeschaltet sein. Dankeschön, Christiane Mayer. Unsere Kollegin Christiane Mayer in Berlin hat nun den Präsidenten der Bundesärztekammer, Frank-Ulrich Montgomery, zu Gast. Der ist ganz anderer Meinung. Schönen guten Morgen nach Berlin, Christiane. Guten Morgen. Ja, tatsächlich ist es für die Ärzte keine einfache Situation. Es gibt schon eine gewisse Grauzone. Der Bundestag will das jetzt regeln. Guten Morgen, Herr Montgomery. Guten Morgen, Frau Mayer. Sie haben ja die Ärztevertretung im Sinn, das heißt den Standpunkt der Ärzte. Man fragt sich natürlich, ist es nicht viel wichtiger, den mündigen Patienten im Blick zu haben und zu sagen, der soll doch selber entscheiden, wie er stirbt. Ja, das soll er auch. Er soll auch selber entscheiden dürfen, wie er stirbt, aber er muss dazu nicht die Hilfe eines Arztes in Anspruch nehmen. Wir Ärzte halten es mit unserer Garantenpflicht gegenüber den Patienten, die im Artikel 1 Absatz 2 unserer Berufsordnung klar geregelt ist. Der Arzt soll das Leben erhalten. Nicht für vereinbar, dass der Arzt als Sterbehelfer an das Bett eines Patienten tritt, um ein Leben zu beenden. Man soll nicht durch den Arzt sterben, aber an der Hand des Arztes in den Tod begleitet werden. Das ist unser Ziel. Für viele Patienten geht es aber um konkretes Leiden dann. Das heißt, Sie möchten gerne, dass Ihr Arzt Sie nicht in der Stunde Ihres Todes im Stich lässt. Und jetzt die Frage an Sie, wollen Sie denn das Strafrecht für Patienten dann verschärfen? Genau. Für Ärzte verschärfen? Verzeihung. Genau das ist es ja. Wir wollen eben in der Stunde des Todes dabei sein und den Patienten helfen, ihn begleiten, aber nicht ihn umbringen. Und deswegen gibt es heute Methoden der Palliativmedizin, gibt es heute Methoden der Schmerzbekämpfung, Schmerzbegrenzung. Es geht ja nicht nur um Schmerz, es geht ja auch um Ekel, um unwürdige Lebensmittel, um Autonomie, um Selbstbestimmung. Da kann manchmal ein danebensitzender Arzt mehr helfen als ein tötender Arzt. Ich habe es trotzdem noch nicht verstanden. Warum kann ein Arzt nicht dem Patienten helfen, einen selbstbestimmten Tod zu wählen? Wenn wir die ärztliche Sterbehilfe als einen Normaltatbestand unseres täglichen Umgangs machen würden, würde das zu einem gesellschaftlichen Anspruch, wie wir das in Holland, in Belgien und in vielen anderen Ländern erleben. Und dann würden Menschen auch aus sozialem Druck heraus gedrängt werden, den schnellen Exit statt das würdevolle Ende eines Lebens in palliativmedizinischer und Hospizbegleitung zu wählen. Und das ist einfach mit dem Grundauftrag der Ärzte, so wie er aus der Berufsordnung und aus dem Gesetz definiert ist, nicht vereinbar. Aber sprechen Sie da nicht den Ärzten die Fähigkeit ab, sich von so etwas zu distanzieren und zu widersetzen? Weil ein Arzt ist ja sehr wohl in der Lage zu beurteilen, wann er das tut und wann nicht. Ich spreche gar keinem Arzt nirgendwo, niemals etwas ab. Aber wir müssen schlicht und einfach mal sehen, was unsere Aufgabe ist. Wissen Sie, Aufgabe des Arztes ist es, möglichst immer zu helfen, zu heilen, wo immer er kann, auch zu lindern, so oft es nur irgendwie geht, aber nie zu töten. Derzeit ist ja die Beihilfe zum Suizid erst mal überhaupt nicht strafbar. Nur Ärzte aus standesrechtlichen Gründen. Die Frage ist also, wer soll es denn dann machen, wenn nicht die Ärzte? Das muss der Patient schon selber entscheiden. Also wir werden mit Sicherheit nur über unsere eigene ärztliche Rolle und unser Verhältnis zum Patienten reden können. Und der Gesetzgeber muss die Frage beantworten. Und wenn ich mir einen Bezug auf den letzten Gesetzentwurf von Herrn Hinze erlauben darf, dort steht im letzten Satz ja drin, dass der Arzt bei diesen Maßnahmen dabei sein soll. Ich muss Ihnen persönlich sagen, ein guter Arzt wird nicht mit einem Schierlingsbecher oder einem Tablettenbecher dem Patienten entgegenkommen und dann daneben sitzen, während er den trinkt. Dafür gibt es andere Methoden. Und damit hätten wir in Deutschland die Tötung auch verlangen. Das ist letztlich das Ziel des Gesetzentwurfs von Herrn Hinze. Und deswegen lehne ich den ab. Ich glaube nicht, dass Herr Hinze das so stehen lassen würde, dass Tötung auch verlangen das Ziel seines Gesetzentwurfs ist. Da bin ich bei Ihnen, dass er das nicht so stehen lassen würde. Aber man muss ja manchmal weiterdenken oder man muss die Dinge vom Ende her denken. Und wenn das in seinem Gesetzentwurf so drinsteht, muss er auch damit leben, dass ich sage, dieser Gesetzentwurf, bei allem Respekt vor Herrn Hinze und Herrn Lauterbach, dieser Gesetzentwurf führt am Ende in die Tötung auch verlangen. Und deswegen ändert er grundsätzlich etwas an dem Verhältnis von Patienten und Ärzten in Deutschland. Sie stimmen ja anscheinend doch dann dem Gesetzentwurf vor, der vorsieht, dass man die geschäftsmäßige Beihilfe, und das würde auch Onkologen treffen, beispielsweise im Krankenhaus, dass man die stoppt. Nein, die machen das ja nicht, um Geld zu verdienen. Entschuldigen Sie, geschäftsmäßig sind diejenigen, die das machen, die den Tod bringen, um damit Geld zu verdienen. Ein Onkologe, der maximale Schmerztherapie betreibt, der Palliativmedizin betreibt, wäre davon überhaupt nicht betroffen. Das ist auch so eine der Falschdarstellungen, die man im Rahmen dieser Gesetze manchmal so hört. Dankeschön, Herr Mangormarie, mit einer kontroverseren Meinung dazu. Und ich habe einen ganz tollen Satz gelesen, da steht drin, wer ist hier eigentlich das Problem, der Patient oder wir? Und damit, mit diesem hochintelligenten Gedanken, gebe ich mal zurück. Dankeschön, Christiane, und ich finde es ja auch gut, dass da bei diesem sensiblen Thema fraktionsübergreifend diskutiert und miteinander Koalitionen geschmiedet werden, weil es eben einfach so wichtig ist. Dankeschön nach Berlin. Dankeschön. 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 Dankeschön.